Glück auf Schalker und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Die ersten drei Punkte sind auf unserem Konto. Wir konnten gestern Abend den 1. FC Kalaslautern mit 3 zu 0 besiegen. Und trotzdem gab es rund ums Spiel, rund um das dann doch deutliche Ergebnisse, einige kritische Stimmen. Und auch darüber reden wir natürlich heute auch nochmal über die Aussagen von Thomas Reis, unter anderem auch bezüglich der Pfiffe im Stadion von einigen Fans. Wir reden dann nochmal über Assa, Noedra Ogo und seine frühen Auswechslung zur Pause. Und auch nochmal über Ralf Fährmann und Marius Müller, denn dort könnte es nun auf jeden Fall sehr interessant werden. All das und mehr hier und heute bei den aktuellen S04 News. Legen wir aber erstmal los mit dem kurzen Blick zurück auf gestern Abend, auf das rein, das was in den 90 Minuten eben auch passiert ist. Am Ende stand ein 3 zu 0 Heimsieg gegen Kalaslautern, ja unterm Strich da. Und ich denke mit dem Ergebnis waren wir auch alle zufrieden. Denn 3 zu 0 zu Hause gegen den FCK zu gewinnen, das ist natürlich auf jeden Fall ein Erfolg und erst recht wichtig nach der Auftaktpleite gegen den HSV. Aber trotz unserer doppelten Überzahl, die wir auch vor allen Dingen sehr sehr lange Zeit hatten, war es nicht so wirklich überzeugend. Und auch deswegen gab es von Thomas Reis auf der Pressekonferenz durchaus kritische Worte, dass man es eben dann auch nicht perfekt gemacht hat. Wir sind froh, die drei Punkte hier behalten zu haben und dass die 0 am Ende stand. In Überzahl haben wir allerdings nicht alles richtig gemacht. Das wissen wir selbst. Nach dem ersten Platzverweis und zuvor mit unserer Führung ist zwar ein bisschen Ruhe in unser Spiel gekommen, wir müssen aber gerade in Umstandmomenten besser werden, vor allem nach der gelb-roten Karte. Kalaslautern hat es aber auch gut gemacht. Unser Gegner hat mit Mann und Maus verteidigt. Für unsere neuen Spieler war es sicherlich heute neu und vielleicht auch ein Stück weit ungewohnt, in diesem Stadion auflaufen zu dürfen. Die Atmosphäre in der Arena ist schon etwas Besonderes. Wir nehmen einiges aus diesem Spiel mit, was wir besser machen müssen. Am Ende zählt aber vor allem der Sieg. Und das hat unser Kapitän und auch Torschütze Simon Terodde eh nicht gesehen. Wir haben im richtigen Moment das 1 zu 0 erzielt. Den Treffer hat Thomas Auwejan super vorbereitet. Nach dem Platzverweis hat Lauter mit Mann und Maus verteidigt. Wir haben mehrfach die Lücken nicht gefunden. Das hätten wir definitiv besser machen können. Zudem hatte der FC kein Unterzahl, ein Zahl gute Chancen, die Marius Müller stark entschärft hat. Was am Ende zählt, sind die drei Punkte. Und die haben wir nach unserer Auftaktniederlage geholt. Vorne spielte ich einen 3 zu 0 Sieg unterschrieben. Deshalb gehe ich zufrieden nach Hause. Ich weiß aber auch, dass wir es noch besser können. Und ein besonderes Spiel war es eben auch für Marius Müller als ehemaliger Spieler vom 1. FC Kadaslautern. Und der hat ja mal wieder richtig starke Paraden für uns gezeigt. Die Atmosphäre war unglaublich. Schon beim Aufhärm hatte ich Gänsehaut. Dass der Gegner der Verein war, bei dem ich groß geworden bin, hat den besonderen Abend abgerundet. In den 90 Minuten war es dann für mich aber eine Partie je wie jede andere. Auch wenn es mein erstes Duell mit Kadaslautern gewesen ist. In 90 Minuten habe ich alles für meine Mannschaft gegeben und bin froh, dass wir gewonnen haben. Nach dem Schlusspfiff habe ich mich neben den drei Punkten auch darüber gefreut, einige bekannte Gesichter im FCK wieder gesehen zu haben. Und dass Müller gute Laune hatte, war ja auch vollkommen zu Recht so. Denn seine Leistung war ja echt wieder unglaublich stark in unserem Tor. Und trotzdem gab es ja auch schon während des Spiels immer wieder Fans, die ja dann doch schon sehr ungeduldig waren und vor allen Dingen auch dann eben Unruhe haben aufkommen lassen im Stadion. Zum einen gegen Ende der ersten Halbzeit und auch zu Beginn des zweiten Durchgangs gab es ja vereinzelnd sogar Pfiffe von den Rängen zu hören. Und Thomas Reis, unser Coach, der war nicht so wirklich begeistert von dieser Reaktion. Natürlich habe ich Verständnis, aber man muss auch Verständnis haben, dass ich mich dann aufrege, weil ich bin halt ein Typ, der sich nicht alles gefallen lässt. André Echelmann, unser Sportdirektor, der hat die Pfiffe gar nicht mal so schlimm wahrgenommen, konnte sie aber doch sogar einen Ticken besser verstehen. Denn auch er hätte sich einen mutigeren Auftritt unserer Mannschaft gewünscht. Denn trotz unserer doppelten Überzahl war ja unsere Mannschaft spielerisch im Spiel nach vorne alles andere als überzeugend. Mit dem Ergebnis sind wir zufrieden. Der Weg dahin war noch verbesserungswürdig. Der Ball ist so langsam gelaufen. Wir waren nicht richtig mutig in der einen oder anderen Situation. Hat hier auf jeden Fall nochmal André Echelmann betont. Aber Thomas Reis, der hat auch nochmal seine Mannschaft ganz klar in Schutz genommen. Für den Sieg brauchen wir uns trotzdem nicht entschuldigen. Und meiner Meinung nach waren vereinzelte Pfiffe, ja die waren auf jeden Fall auch zu hören. Reis, Hechelmann wurden ja auch darauf angesprochen und trotzdem war das ja jetzt auch keine Riesenmenge. Ich bin immer der Meinung, vor allen Dingen auch Pfiffe sind unnötig. Natürlich kann es mal sein, dass ein Rauen durchs Stadion geht, wenn man eben komplett ungeduldig ist, weil irgendwie ein Pass erneut zurückgespielt wird und das war ja auch gestern oftmals der Fall. Pfiffe braucht man aber wirklich nicht. Trotzdem muss auch ich sagen, dass unser Spiel gestern nicht gut war. Also natürlich haben wir 3-0 gewonnen. Das ist ein tolles Ergebnis gegen einen guten Gegner. Aber wir waren lange Zeit in doppelter Überzahl und haben uns ja unglaublich schwer getan. Also ich fand, man war nicht nur langsam, was das Tempo in den Beinen anging, sondern auch im Kopf, dass die Mannschaft echt oftmals auch lange gebraucht hat, um zu verstehen, wie wollen wir es jetzt überhaupt machen? Wie wollen wir überhaupt mal zügig nach vorne kommen? Und da ist natürlich auch Kritik berechtigt. Pfiffe in der Arena während des Spiels braucht man aber da nicht. Da bringt es eben auch am Ende mehr, wenn man die Mannschaft logischerweise auch dann weiter supportet. Und einer, der natürlich auch bei uns sehr supportet wird, ist Asan Oedraogo. Und er durfte ja gestern zum zweiten Mal in Folge in der Startelf ran, nach seinem Debüt letzte Woche gegen den Hamburger SV. Dort hat er ja auch direkt ein Tor erzielt, zu dem das zweite mit auch richtig stark eingeleitet. Und deswegen stand er auch vollkommen zurecht gegen Lautern erneut in der Startelf. Aber er ist ja dann auch in der Halbzeitpause in der Kabine geblieben. Eine Verletzung, die war auf jeden Fall nicht der Fall. Und Thomas Reis, der will ihn auch weiterhin schützen und hat die Auswechslung nochmal erklärt. Ich habe es letzte Woche schon gesagt, bitte lass den Jungen in Ruhe. Man hat schon gemerkt, dass er nicht ganz so befreit war, wie viele andere auch. Das ist kein Problem. Wir haben einen tollen Spieler. Da kann Schalke froh sein. Und ich denke mal, damit hat auch Thomas Reis es perfekt zusammengefasst, was mit Assan Oedraogo halt dann gestern war. Also wie seine Leistung eben war. Und die war in der ersten Halbzeit nicht so gut. Er war nicht wirklich so frei wie noch gegen Hamburg. Und ich fand auch deswegen die Auswechslung in der Pause vollkommen logisch. Also es ist für mich auch richtig, einen Oedraogo dann in solchen Momenten auch in einer gewissen Art und Weise zu schützen. Wobei ich auch der Meinung bin, hätte man vielleicht vorher gewusst, dass man noch die doppelte Überzahl kriegt hätte und sein Oedraogo mit seinen Bewegungen, mit seinen spielerischen Elementen sicherlich nochmal besser helfen können als vielleicht andere. Aber er war halt in der ersten Halbzeit kaum im Spiel drin. Und das ist meiner Meinung nach auch überhaupt nicht schlimm. Das darf bei so einem jungen Spieler erst recht mal passieren. Und deswegen kann man ihn eben auch dann zur Pause auswechseln. Da ist ja auch nichts dabei. Deswegen auch vollkommen richtig so, dass Thomas Reis das hier nochmal erklärt hat. Und somit kann dann Assa und Oedraogo in den nächsten Spielen logischerweise auch wieder voll angreifen. Angreifen will natürlich auch Ralf Fährmann. Und deswegen blicken wir hier jetzt nochmal ganz kurz zum Abschluss auf ein kleines Personal-Update mit Fährmann und Thomas Ovejan. Ovejan, der hat ja gestern die rote Karte rausgeholt. Das erste Tor vorbereitet. Sicherlich grundsätzlich ein gutes Spiel gemacht. Und auch nochmal erklärt, dass ja der Schlag von Andi Lute, wonach er der Keeper dann eben auch den Platzverweis bekommen hat, durchaus wehgetan hat. Und zudem wurde ja auch Ovejan nach gut 80 Minuten ausgewechselt. Auch deswegen gab es so ein paar Fragezeichen nach dem Spiel, ob er sich vielleicht ein bisschen wehgetan hat, dass er vielleicht auch einen Ticken angeschlagen ist, weil ja auch Henning Matriciani für ihn ins Spiel kam. Und ja, das hatte zumindest schon den Grund einer Vorsichtsmassnahme, hat Thomas Reis nach dem Spiel erklärt. Bei Thomas hat sich die Wade ein bisschen zugezogen. Deswegen haben wir Henning auf der linken Seite gebracht. Aber Ovejan selber, der war nach dem Spiel auf jeden Fall schon wieder fit, ist dort ganz normal hergelaufen. Sprich, da sieht es auf jeden Fall gut aus. Sprich, trotz des Fouls, wo er behandelt werden musste, ist er auf jeden Fall nicht verletzt. War einfach nur eine reine Vorsichtsmassnahme, ihn eben danach 80 Minuten auszuwechseln. Und einer, der eben auch jetzt wieder mit unserer Mannschaft trainiert, das ist auch Ralf Fährmann, denn auch da gab es von Thomas Reis gute Nachrichten. Ich bin froh, dass ich nächste Woche wieder Ralle im Training habe. Und somit ist hier auf jeden Fall der klare Plan, dass Fährmann wieder ins Mannschaftstraining einsteigt. Aber natürlich ist auch klar, dass Marius Müller erneut, wie schon gegen Hamburg, gegen Lauter, eine echt gute Leistung gebracht hat. Und deswegen ist Thomas Reis sehr, sehr froh, dass man eben jetzt diesen Konkurrenzkampf im Tor geschaffen hat, wenn eben auch dann Ralf Fährmann wieder fit ist. Klar ist aber auch, aktuell gäbe es ja gar keinen Grund, Marius Müller aus dem Kasten zu nehmen. Und Ralf Fährmann wird ohnehin noch brauchen, bis er für ein Comeback wieder fit ist. Also da will man ihm auch wirklich noch ein bisschen Zeit geben. Man will es nicht überstürzen. Auch das hat Reis nochmal klar gemacht. Wir werden ihn aufbauen und dann schauen wir mal. Wir sind dann auf der Position auf jeden Fall sehr gut besetzt. Und ich glaube, da sind wir uns auch auf jeden Fall alle einig. Und somit waren das die aktuellen S04 News des Tages. Schreibt eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao. Und Glück auf, Annali Schalker.